Hallo zusammen, schön, dass ihr bei uns herbeischaut. Mein Name ist Elmar. Ich werde euch in den nächsten zehn bis zwölf Minuten etwas zum Thema Sonnenstandsnachführung erzählen. Was ist der Inhalt, worum geht das? Ich werde euch im Prinzip so ein bisschen erzählen, was ist Sonnenstandsnachführung, was letztendlich ist der Nutzen, was ist der Effekt der ganzen Beschattung mit Sonnenstandsnachführung, was braucht es dazu im Sinne der Parametrierung und natürlich auch mit welchen Geräten kann man das beispielsweise hier machen. Also kurz und knackig und natürlich auch wieder informativ bei uns. Ja, was ist Sonnenstandsnachführung, um das mal in drei Zeilen zusammenzufassen. Die Funktionsweise einer Beschattung nach Sonnenstandsnachführung bedeutet letztendlich, dass, je nachdem wie die Sonne quasi im Laufe des Jahres sich bewegt, die Lamellen hier quasi sich automatisch anpassen und den maximalen Blendschutz quasi uns geben. Das heißt, wenn wir innen arbeiten müssen, dass wir nicht geblendet werden bei der Arbeit, aber letztendlich auch den maximalen Ertrag von der Sonne, damit wir innen im Raum beispielsweise mit dem Kunstlicht so wenig wie möglich Energie natürlich verbrauchen. Und das natürlich automatisch, ohne euer Zutun. Bedeutet, das kann man natürlich über den Tagesverlauf natürlich mal so betrachten. Wir haben hier im Prinzip einen Hausgrundriss. Wenn die Sonne beispielsweise auf der Seite morgens aufgeht, dann würde die Beschattung auf der Seite natürlich beginnen. Wenn die Sonne im Laufe des Tages quasi dann hier um das Haus zieht, also hier und dann im Prinzip dann noch nach oben, nach Westen dann entsprechend, dann würden dann diese verschiedenen Fassaden dann eines nach dem anderen folgend in die Beschattung gehen, je nachdem wo die Sonne steht im Verhältnis zum Gebäude. Und dann natürlich über das Jahr gesehen, das sehen wir entsprechend hier in dieser Animation, dass man natürlich hier je nachdem wie hoch die Sonne besteht, dass wir dementsprechend auch den Anstellwinkel in der Beschattung automatisch nachführen. Das ist einmal eine Einstellung und somit haben wir natürlich maximale Beschattung mit maximaler Energieeffizienz natürlich im Sinne, dass die wärmende Sonne natürlich an den heißen Sommertagen natürlich auch draußen bleibt, damit innen nicht so viel gekühlt werden muss. Und man kann das natürlich auch noch ideal kombinieren beispielsweise, wenn man dann quasi diese Heiz- und Kühlunterstützung nutzen würde, was unsere Aktoren können natürlich, das ist kein Selbstverständnis, dass man beispielsweise die Temperatur in dem Raum erfasst und wenn man dann feststellt, an einem kalten Wintertag, ja, die Temperatur ist noch etwas unter der gewünschten Temperatur, dann würde man beispielsweise, wenn es nach draußen sehr, sehr hell ist, nicht in die Beschattung gehen, also sprich die Lamellen nicht nach unten fahren, sondern die Sonne quasi durch das offene Fenster helfen lassen, quasi den Raum aufzuheizen. Und erst beispielsweise, wenn man den Raum betritt, ein Meetingraum, Schulungsraum oder beispielsweise auch Büro, erst dann bei Präsenz beispielsweise geht dann die Beschattung nach unten und gibt mir dann den notwendigen Blendschutz. Und im umgekehrten Fall in den Sommermonaten, wenn es sehr warm ist beispielsweise, dass wenn die Innentemperatur des Raumes schon relativ hoch ist, dass dann die Beschattung von alleine beginnt beispielsweise schon runter zu gehen. Und wenn dann jemand den Raum betritt, dass dann die Lamellen quasi nur sich öffnen, damit beispielsweise auch genügend Tageslicht, aber natürlich auch beim maximalen Blendschutz der Raum entsprechend gesteuert wird. Also ihr seht, da ist eine tolle Wechselwirkung eigentlich da, sehr anspruchsvoll, hört sich das Ganze an, ist aber nicht so kompliziert. Wir kümmern uns heute nur um das Thema beispielsweise Beschattungssteuerung nach Sonnenstand. Und das ist ein hochinteressantes Thema und vor allem auch ein sehr energieeffizientes Thema, weil hier die Wechselwirkung, ihr seht das hier, das ist beispielsweise ein Auszug aus der DIN 15232, die beschreibt euch natürlich ganz klar, dass wir zum einen mit der Lichtsteuerung, Lichtregelung natürlich im Prinzip die maximale Energieeffizienz in einem Gebäude erreichen, also somit den höchsten Grad an Energieeffizienz vom Energielabel gesehen erreichen können. Und das Zweite ist natürlich hier die automatische Beschattungssteuerung und das natürlich idealerweise mit Temperatureinfluss, also sprich genau das, was ich gerade eben beschrieben habe, Heizen und Kühlunterstützung. Wenn das ideal zusammenwirkt, dann besser können wir es gar nicht machen und genau das erreicht man im Prinzip durch eine sonnenstands nachgeführte Beschattungssteuerung. Also diese Wechselwirkung ist das Beste, was man eigentlich tun kann. Wenn man das versucht, so ein bisschen mal darzustellen, schematisch in dem Zusammenhang, dann kann man sich das vielleicht so vorstellen, die Sonne geht jetzt im Prinzip eigentlich auf, die Helligkeitsschwelle ist überschritten und hier sehen wir ja entsprechend, die Beschattung fährt nach unten. Wenn dann beispielsweise jemand den Raum betritt, dann ist natürlich durch die Beschattung der Raum vielleicht nicht ganz so hell, wie man das sich wünschen würde. Also würde das Kunstlicht beispielsweise angehen und wird mir eine gewisse Helligkeit geben, damit ich da drin vernünftig arbeiten kann. Wenn jetzt die Sonne beispielsweise sich im Laufe des Tages hebt, dann würde im Prinzip genau hier die Lamelle dann sich aufdrehen. Ich bekomme hier mehr Tageslicht in den Raum, was zur Folge hat, dass natürlich das Kunstlicht weg geregelt werden kann. Das heißt, ich brauche nicht mehr so viel Kunstlicht. Und wenn die Sonne dann beispielsweise über einem, ich nenne es einfach mal, kritischen Punkt steht, dann würde die Lamelle ganz aufgemacht werden beispielsweise, sodass wir maximales Tageslicht in den Raum bekommen, was natürlich hier über die Konstantlichtregelung maximale Energieeffizienz bedeuten würde. Und somit wird quasi nochmals zurück geregelt oder möglicherweise sogar ausgeschaltet. Also das ist quasi so diese Wechselwirkung, diese Interaktion zwischen einer intelligenten Beschattungssteuerung, aber natürlich auch der sehr, sehr energieeffizienten Konstantlichtregelung, die wir beispielsweise in einem Bürohaus, wie wir das hier beispielsweise angedeutet haben, dann nutzen würden. Energieeffizient und natürlich auch sehr, sehr komfortabel für das menschliche Auge, weil einfach, wenn es eine gute Lichtregelung ist, dann wird man die nicht merken, aber sie ist sehr energieeffizient. Nur so viel Energie verbrauchen, wie unbedingt notwendig ist. Diese Wechselwirkung ist absolut most best. Ja, das hört sich, wie gesagt, sehr kompliziert an, ist aber nicht. Das heißt, was brauchen wir hier im ganzen Zusammenhang? Das ist zum einen beispielsweise, dass wir die Geodaten des Gebäudes brauchen. Das heißt, wie ist das Gebäude beispielsweise zur Sonne ausgerichtet? Diese Daten brauchen wir, ich sage mal, durch einen aussagekräftigen Bauplan, wo das vielleicht eingetragen ist, so welche Richtung hat die Fassade entsprechend zur Südseite oder zur Westseite, je nachdem. Das brauche ich. Also die einzelnen Fassadenangaben, die brauche ich einfach, die notiere ich mir irgendwo in meinem Projektplan, weil ich die später für die Parametereinstellung brauche. Dann muss ich natürlich für diesen Automatismus auch wissen, wo steht das Gebäude im Sinne von, in welcher Zeitzone bin ich. Also sprich, ich brauche das Datum, ich brauche die aktuelle Uhrzeit. Die kann ich entweder über eine Wetterstation, also in unserem Fall beispielsweise über die Meteodata, die gibt es mit GPS oder auch ohne. Wenn GPS an Bord, dann kann ich genau diese Daten, die im Prinzip die Meteodata sich hier regelmäßig holt, genau diese Zeitprofile nutzen, füllen, damit aktualisieren. Somit brauche ich gar nichts weiteres tun. Habe ich hier eine Wetterstation aus unserem Hause, die beispielsweise kein GPS an Bord hat, dann muss ich mir irgendwo von einer Visualisierung von einem MTP-Server und so weiter diese Daten einfach dann geben lassen, damit ich diese Daten immer aktuell habe, weil die brauche ich einfach zur Berechnung des Ganzen. Das Ganze muss dann mit der notwendigen Gruppenadresse verbunden werden. Dann brauche ich etwas dazu, das sind die Lamellenmaße. Zeige ich nachher noch ganz kurz, was da sehr wichtig ist, was man da ermitteln muss. Das muss man einmalig tun und entsprechend eintragen. Und dann natürlich brauche ich noch die Jalousie-Laufzeiten, die im Prinzip jeweils so ein Gebäude beispielsweise hat, wie das jetzt gerade in meinem Hintergrund. Und dann sicherheitshalber natürlich immer zu empfehlen, bitte nicht vergessen, auch das Thema Windalarm. Ja, je nachdem, wo das Gebäude steht, müssen natürlich auch diese Werte hinterlegt sein, damit bei entsprechendem Windangriff auf die Jalousie, auf die Behänge, dass da auch nichts passiert. Also das ist einfach Grundvoraussetzung. Also ihr seht, so viel ist das letztendlich nicht. So, was bedeutet das? Und ich sage mal, das sind die zwei eigentlich wichtigen Parameter, die man nicht vergessen darf. Im Prinzip die Fassadenrichtung. Insgesamt, wenn ich die Wetterstation nochmal in die Hand nehme, hat die Wetterstation die Möglichkeit, quasi drei Helligkeitswerte zu erfassen. Insgesamt kann ich aber mit der Wetterstation acht Fassaden entsprechend unabhängig voneinander steuern, nach Helligkeit oder nach Sonnenstand. Acht, wieso? Weil es auch amorphe Strukturen eines Gebäudes gibt und beispielsweise ein U-Profil. Und wenn man da mal genau nachzählt, dann kommen wir da auf acht Fassaden und genau das unterstützt beispielsweise die Meteodata sehr wohl. Und da muss ich einfach wissen, so in welche Himmelsrichtung, in welche Hemisphäre zeigt dann beispielsweise die Fassade, die ich bestatten möchte. Das muss hier eingetragen werden in dem Zusammenhang. Und was brauche ich trotzdem noch zusätzlich? Natürlich, klar, Chalousie sollte eingetragen sein. Es muss hier aktiviert sein, Sonnenstands Nachführung. Und welcher Sensor soll beispielsweise für die Fassade, die ich hier parametriere, welcher Sensor soll hierfür beispielsweise zuständig sein? Ist der Sensor vorne, rechts, links? Je nachdem. Oder auch ein externer Sensor wäre möglich. Auch das geht bei unserer Wetterstation. Und dann dementsprechend, so wann soll die Sonnenschutzfunktion beispielsweise deaktiviert werden? Also Dämmerungsschwelle, 10 Lux. Wann soll die Beschattung losgehen? In unserem Fall beispielsweise bei 20.000 Lux. Verzögerungszeit immer zu empfehlen. Das natürlich nicht bei einem etwas, ja, einem etwas bewölkten Tag, damit die Chalousie dann ständig rauf und runter geht. Also das beruhigt die Fassade letztendlich einfach. Das sind ein paar Dinge, die man einfach hinterlegen muss. Und danach mache ich im Prinzip folgendes, dass ich quasi beispielsweise hier, wenn mein Gebäude so gelagert ist, wie man das hier beispielsweise sieht, dann wäre das die Nordostseite. Also im Prinzip wäre der erste Kanal möglicherweise jetzt für den Behang auf der Seite zuständig. Dann hätte ich im Prinzip den Kanal hier, der dann in diesem Falle für die Südostseite zuständig wäre. Also für diese komplette Seite des Gebäudes. Und dann hätte ich beispielsweise noch so einen Chalousie-Kanal, der beispielsweise für die Südwestseite verantwortlich ist. Das würde ich im Prinzip dann einfach zuordnen. Und somit würde der Behang, je nachdem wie meine Einstellungen entsprechend aussehen, entsprechend natürlich auch in die Positionen fahren. Und das das ganze Jahr über. Für spezielle Fälle, ich habe mal noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Wenn wir beispielsweise, ich sage mal so Bäume links, rechts des Gebäudes haben, auch solche Dinge kann man justieren. Wenn dann beispielsweise natürliche Beschattung durch Baumbewuchs oder auch benachbarte Gebäude die Beschattung beeinflussen würden. Also auch solche Dinge kann man bei uns wunderbar einstellen. Geht ganz problemlos. Insgesamt über alles gesehen acht Sonnenschutzkanäle, die ihr entscheiden könnt, wie wollt ihr sie nutzen. Und dann gibt es Universalkanäle. Universalkanal beschreibt bei uns beispielsweise, es kann rein nach Helligkeit irgendetwas gesteuert werden, nach Temperatur, nach Wind, nach Regen. Oder natürlich auch eine Kombination aus verschiedenen Verknüpfungen in dem Zusammenhang. Ich kann Schwellwerte mit der Wetterstation auswerten, beispielsweise wenn ich irgendwelche externen Werte entsprechend bekomme. Dass ich Schwellwerte setze und dann eine Aktion von der Wetterstation ausgelöst wird. Sicherheitskanäle nach den, ich sage mal, nach den Parametern Wind, Regen, Frost, Alarm beispielsweise. Und natürlich auch hier wieder mit drin, selbstverständlich auch Logikkanäle, die mir dann eine gewisse Verknüpfung zulassen. Die auch hier mir, ich sage mal, ersparen, dass ich irgendein großes Logikmodul mir anschaffen muss, um ein etwas komplexeres Gebäude beispielsweise auch mit gewisser Logik zu versehen. Das ist ein wichtiges Thema, deswegen habe ich das so ein bisschen ans Ende gepackt. Diese Maße, die braucht ihr zwingend. Also einmal quasi diese Maße hier für die Lamellenbreite. Dann braucht ihr im Prinzip den Abstand quasi von Lamelle zur Lamelle. Das sind Grundvoraussetzungen, weil die natürlich mit dem Anstellwinkel was zu tun haben. Und je nachdem, wo das Gebäude ist, kann es natürlich auch zu gewisser Blendung kommen, ob oben auf dem Berg oder unten im Tal. Dann kann ich hier in dieser Einstellung beispielsweise auch noch eine gewisse Reserve zu dem errechneten Winkelwert beispielsweise mir dazugeben. Wann starte ich oder wann beende ich so eine Dämmerungsschwelle? Ich kann das entweder über Werte machen. Das heißt also hier, wenn ich hier beispielsweise über Dämmerungsschwelle gehe, dann gebe ich einfach einen Lux-Wert ein, wann beispielsweise das Ganze in den Automatikbetrieb gehen soll. Oder ich kann hier natürlich auch über Objekt gehen und kann dann sagen, so, ich nehme irgendwo einen Taster, wie hier beispielsweise, über den ich das manuell auslösen kann. Oder ich mache es, wie gesagt, hier oben dann über die Helligkeitsschwelle. Also nichts Dramatisches. Und wenn man das Ganze, wenn man so ein Riesengebäude, was man jetzt quasi bei mir im Hintergrund einfach mal sieht, wenn ich das im Prinzip konfigurieren muss, dann sieht das natürlich eine ganze Menge Behänge. Und ich nehme jetzt einfach mal hier diese Kombination aus, ich sage mal, diesen drei Aktoren. Ich nehme einen Aktor. Ich nehme jetzt einfach mal den hier als Beispiel. Hier kann ich in den Parameterwerten festlegen, dass das quasi der Sendende ist. Das ist quasi der Master, wenn man so möchte. Ich habe hier verbunden einen Taster, indem ich quasi die Auf- und die Abfahrt mache. Und mit dem lerne ich quasi einen dieser Behänge einmalig ein. Und alle anderen Kanäle, also beispielsweise die hier oder natürlich auch beispielsweise die hier von dem benachbarten Aktor und natürlich auch der hier und weitere, die würden dann genau diese Laufzeit, beispielsweise parallel mitbekommen, würden diesen Wert dann in ihren Speicher schreiben. Und somit habe ich im Prinzip in einer ganz, ganz kurzen Zeit eine komplette Fassade auf die gleichen Werte eingeteacht. Wenn ich die Korrektur machen muss, genau dasselbe. Also es geht rasend schnell. Kleines Beispiel, wie die Verknüpfung dann aussieht. Das haben wir hier so ein bisschen aufgelistet. Die Ups und Downs müssen zusammen. Ich brauche im Prinzip die Höhe, die einmal von der Wetterstation dann rüber geht zum Jalousie-Aktor. Dann brauche ich im Prinzip die aktuelle Zeit, also die Local Time und entsprechend natürlich auch das aktuelle Datum. Wie gesagt, das kann von der Media-Data selber kommen. Das kann aber auch von einer Schaltuhr oder von einer Visualisierung oder wie auch immer kommen. Und da lege ich wirklich Wert darauf, darauf hinzuweisen, bitte vergesst nicht, den Wind mit der Jalousie entsprechend zu verbinden, dass da nichts passiert. Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt also, ihr seht hier im Prinzip erst der Zweiter. Dann würde beispielsweise ab 9.15 Uhr, je nachdem wie die Lage ist, die Lamelle beispielsweise in diese Position fahren. Am 1.3., dann würde im Prinzip hier schon etwas abweichend die Lamelle schon etwas weiter sich öffnen. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise mal in den April reingehe, den sehen wir ja hier, und in den Juni, dann sehen wir diese Werte hier, die wir hier haben, die sind entsprechend schon dramatisch anders. Das heißt also, wir haben hier schon ganz andere Öffnungswinkel. Das heißt, wir bekommen wesentlich mehr Tageslichtertrag in den Raum als beispielsweise im Januar. Und das adaptiert sich ohne euer Zutun von völlig alleine. Tja, das war's schon. Kurz und knackig. Solltet ihr noch Fragen haben, kommt gerne auf uns zu. Unsere Spezialisten in der Hotline, meine Kollegen, sind gerne für euch da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.